Zaufuss, Leute! So, ein bisschen was Älteres von Diplasio Elio Viper 1 Mini Reiber sind die jetzt noch hat es bei uns in Österreich auch schon gegeben so wie es auch die Cobre 1 gegeben hat das waren halt die Tron-Fürzerler dazu da das heißt dass man mal da sieht Viper 1 ich meine sauberen Reibkopf massiven Höser Sieht gut aus Probieren wir mal das einfach Der ist sicher gut Der Bengalo Trinken-Bengalo So wie bei den Cobra P1 Bleiben wir ja durch Der hat richtig eine Kappe fast schon Aber schnell los gehen tun sie Ja Boah, da ist der Stock entgegen geflogen Da ist der Wie ein Tee Boah Boah Eieieie Boah Schau mal Da hat der Schaden auch so klein Ne Boah Da hat mein Ohr gepfeift Die sind nicht los Jetzt schmeißen wir da eine hin Und die einen Opfer da noch liegen Vielleicht zünden wir jetzt einander noch Oh Hinter 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 wo der Vorflug Ist total gut Ich auch mag nichts bei der Berufsschall glaube ich Hehehe Manchmal eh besser Ich lege einmal direkt daneben hin Vielleicht Zündet sie nun Was denn? Beraten da? Aber das werde ich nicht Aussprengen Hau am Ende an In die Backen rein Dann wird es nicht so gefledert Achso Ich hatte sie jetzt die letzten noch zusammengelegt Kannst du hinter Backen Und zusammenlegen Was ist das denn so? Bastelstunde während des jetzt Achso Wird aber eigentlich auch ein Stück für dich gewesen Ja Ich weiß nicht Den brauche ich nicht Derjenige hat es gehört Ja Ja Nein das ist nicht mehr so Alter 2013 Oder Ja geben tut sie sich nicht mehr Gibt es ja nicht mehr Ja dann nehme ich es doch Ist schon überredet Weil Ich wollte dir das sagen Weil die gibt es ja fix nicht mehr Boah Weil ja das mit der Reihbahn nicht mehr auf der Tat ist Hast du mich verstehen gekriegt Das war das Karma Wie der Blödsinn macht Glaubst du Glaubst du Ja das ist auch schon Alter Hat sich ja ausgeschaltet Ja gut Das war es ja schon wieder gewesen Also Bis zum nächsten Mal Und Zerfuß